Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und heute schauen wir uns Windows 10 ARM auf dem Microsoft Lumia 950 an. Ich habe hier das Smartphone aktuell in Windows 10 Mobile gebootet und ich werde es jetzt neu starten und daraufhin Windows 10 ARM auswählen. So und hier habe ich jetzt die Auswahl im Bootmenü, ob ich Windows 10, das Developermenü oder Windows 10 Phone öffnen will und mit dem Kameraknopf bestätige ich dann den Bootprozess. So und bis das Smartphone dann gebootet ist, werde ich das Video vorspulen. Und so, nachdem jetzt der Bootprozess und auch die Datenträgerüberprüfung erfolgreich durchgeführt wurde, kommen wir hier auch schon zum Sperrbildschirm und zum Anmeldebildschirm von Windows 10 ARM auf dem Lumia 950. Und ich werde jetzt ganz kurz noch, bevor ich hier quasi mit der Demo beginne, werde ich hier aus dem Tabletmodus rausgehen und euch einfach mal zeigen, wie das System ausgesehen hat, als ich es das erste Mal bedient habe. Ich möchte nämlich hier quasi rekonstruieren und euch zeigen, was ich hier in den letzten 24 Stunden mit Windows 10 ARM auch tatsächlich erlebt habe, denn das ist ja auch im Grunde ein erster Erfahrungsbericht. Also, worum es hier geht, ist, ihr habt diese Standardskalierung, es ist im Hochformat eingestellt, das Startbildschirm lässt sich öffnen und es ist auch relativ schwer, den zu drücken, weil die Knöpfe sind halt extrem klein. Und was ihr direkt hier unten rechts bemerken werdet, ist, es gibt kein Internet, es gibt kein Sound, Bluetooth wird nicht funktionieren, genauso wenig wie auch der Grafiktreiber. Das heißt, ihr könnt keine dieser Apps herunterladen aus dem Store, ihr könnt keine Mail-App zum Beispiel einrichten. Also, das kann ich gleich mal herzeigen. Die Startzeiten sind auch ziemlich lang und also, was ihr hier im Grunde mit Windows 10 ARM machen könnt, ist, ihr könnt hauptsächlich irgendwelche System-Apps öffnen, wie zum Beispiel hier Alarm und Uhr oder die Filme- und TV-App, wo kein Inhalt drin ist, Groove Music, wo auch kein Inhalt da sein wird, ihr Smartphone, das ist hier auch Inception, würde ich sagen. Also, das sind die Apps, die ihr öffnen könnt, die allerdings mangels Internetverbindung und mangels irgendwelcher Hardware-Unterstützung auch auf dem Smartphone nicht funktionieren. Zum Beispiel funktioniert auch der USB-C-Port nicht, das heißt, ihr könnt einerseits keine externe Hardware anschließen, außer ihr habt einen USB-C-Port mit einer eigenen Stromversorgung und die sind relativ selten. Wenn ihr sowas habt, dann könnt ihr andere Hardware anschließen, zum Beispiel Speichergeräte oder sowas, aber von selbst Stromversorgung vom USB-C-Anschluss gibt es am Lumia 950, 150 XL auch nicht. Das Lumia 950 XL, das kann ich hier dazu sagen, da funktioniert WLAN und auch der Grafiktreiber und da kann man schon eine ganze Menge mehr machen, aber hier möchte ich einfach mal im Grunde die Bedienung von Windows 10 ARM auf dem Lumia 950 demonstrieren, auf einem 5,2 Zoll Smartphone mit 1440p-Auflösung, also das ist auch schon mal ziemlich ordentlich. Ich muss sagen, was mir aufgefallen ist während dieser 24 Stunden mit Windows 10 ARM, das ist, dass die Bedienung eigentlich ganz ordentlich ist und zwar gehe ich dafür hier mal in die Einstellungen, wenn ich sie erwische und ich schalte auch den Tablet-Modus ein und da will ich einfach mal herzeigen, dass Windows 10 auch mehr Smartphone-System ist, zumindest von der Bedienung her auf einem, ich betone es nochmal, 5,2 Zoll Display, als man es eigentlich von Windows 10 gedacht hätte. Und ich stelle jetzt hier mal die Skalierung auf 175% und dann sehen wir, die Einstellungen, die sind jetzt im Vollbild-Modus und da kann ich ganz leicht zurück navigieren und wer Windows 10 Mobile kennt, der wird hier auch schon wieder erkennen, dass hier ist den Einstellungen von dem mobilen Betriebssystem auch ziemlich ähnlich. Ich kann hier rechts das Infocenter reinwischen und das ist auch schön skaliert, da gibt es keine Darstellungsfehler im Grunde und ich kann hier jetzt auch den Aktivitätsverlauf öffnen, also den, ich sag mal, Task-Switcher und auch hier ist die Skalierung sehr ordentlich und wenn wir jetzt auch den Startbildschirm hier betrachten, das sieht nutzbar aus. Also das ist Windows 10 in einer sehr, würde ich sagen, für Smartphone optimierten Ansicht, wenn man hier den Tablet-Modus einschaltet, die Skalierung auf 175% stellt und hier auch das Smartphone so bedient, als wäre es im Grunde ein kleines Tablet mit Windows 10. Und auch der Explorer ist hier nicht einmal so schlecht, also... Dokumente ist zwar leer, aber hier bei dieser PC können wir dann die verschiedenen Partitionen anzeigen. Dauert halt alles eine Weile und hier ist Windows 10 ARM, MainOS für Windows 10 Mobile, soweit ich weiß, und die Boot-Partition. Also ein schönes System, sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Hier ist Cortana, kann jetzt im Grunde auch nichts wirklich durchführen, man müsste sich anmelden, das kann man allerdings mangels Internetverbindung nicht tun. Man kann hier verschiedene Apps aufrufen, aber im Grunde kann man wirklich produktiv nicht mit dem System arbeiten. Aber das ist jetzt auch nicht das große Problem. Mir geht es eher hier darum zu demonstrieren, dass Windows 10 auf einem 5- oder 6-Zoll-Display, weil mittlerweile die meisten Smartphones haben ja größere Displays, da wäre dieses System durchaus nutzbar. Und wenn man das vielleicht optimieren könnte oder würde, wenn Microsoft da ein bisschen Aufwand reinstecken würde, dann könnte Windows 10 ARM, zumindest ist es meine Meinung, auf solchen Geräten auch ausgeführt werden, ohne allzu große Probleme. Was kann ich noch herzeigen? Also ich kann mal sagen, was alles nicht geht. Also natürlich funktioniert kein Sensor auf dem Gerät. Also ein Helligkeitssensor geht nicht. Man kann die Helligkeit, soweit ich weiß, nicht einmal einstellen. Auch der Nachtmodus lässt sich nicht einschalten. Auch interessant. Was noch nicht funktioniert, und das ist, glaube ich, die größte Sache, das ist aktuell in dieser Build Power Management. In dem Fall habe ich Windows 10 1809 installiert, also 17763.292, falls es euch genau interessiert. Jedenfalls kann das Lumia 950 nicht über den USB-C-Anschluss geladen werden, wenn Windows 10 aktiv ist. Im Massenspeichermodus soll es angeblich funktionieren, aber auch das ist noch nicht ganz sicher. Bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert, bei anderen Nutzern nicht. Und die haben dann auch zu anderen Methoden greifen müssen, um den Akku aufzuladen. Und das ist halt ein bisschen bitter, finde ich. Was angeblich funktionieren soll und was ich noch nicht ausprobieren konnte, das ist das Aufladen des Smartphones über Wireless Charging. Das müsste ich auf jeden Fall noch ausprobieren, weil das wird vom System nicht kontrolliert. Und das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, da unter Windows 10 ARM auf dem Lumia 950 das Gerät aufzuladen. Ich muss aber echt sagen, ich bin ziemlich begeistert, wenn ich hier dieses Smartphone sehe mit 5,2 Zoll Display. Das ist kleiner als heute üblich, dass hier volles Windows 10 ausführt. Nicht nur, dass diese Hardware unglaublich alt ist, wir reden hier von Hardware aus dem Jahr 2015, also das Smartphone selber ist von 2015. Das Beeindruckende ist hier aber, das Betriebssystem ist von 2018, aber der Prozessor ist ein Snapdragon 808 6-Kern-Prozessor, hat ein ursprünglich ein 32-Bit-System drauf, Windows 10 ARM ist 64-Bit. Und noch beeindruckender ist hier im Grunde, dass Windows 10 ARM hier auf einem 6-Kern-Prozessor aus dem Jahr 2014 läuft, der 3 GB Arbeitsspeicher noch dazu hat. Und das ist hier eigentlich das Beeindruckende. Und wenn man sich dann noch auch die Bedienung anschaut, mich hat hier am meisten begeistert, dass eben die Bedienung hier auf dem Smartphone unglaublich gut ist im Grunde. Das heißt, das Smartphone sieht so aus, es gibt keine Skalierungsprobleme, alles taucht dort auf dem Display auf, wo es ist. Keine Inhalte ragen irgendwie über den Displayrand drüber. Da bin ich einfach wirklich erstaunt, wie gut Windows 10 in Wahrheit für diesen Formfaktor optimiert ist. Und wer Software ein bisschen kennt, der weiß, im Grunde läuft Software nicht mal dort gut, wo sie laufen soll. Und hier ist zumindest die Bedienung in Ordnung auf einem Smartphone, für das das Betriebssystem überhaupt nicht gedacht ist. Und da würde ich sagen, steckt schon ein bisschen Arbeit drin von Microsoft, weil ich glaube nicht, dass es Zufall ist, ganz ehrlich, dass Software hier ganz plötzlich auf einem Formfaktor läuft, auf dem sie gar nicht laufen soll. Im Grunde waren das auch schon meine Eindrücke von Windows 10 ARM auf dem Lumia 950. Ich würde ehrlich gesagt nicht raten, es auf dem Lumia 950 zu installieren. Das 950 XL ist da schon ein bisschen anders. Da unterstützt es WLAN, auch der Grafiktreiber wird unterstützt. Da hat es dann doch ein paar Vorteile. Aber wer wirklich bei Sinnen ist und wer sein Smartphone auch gesund halten will und so weiter, der sollte es aktuell noch nicht tun. Wer es als Produktivsystem nutzen will, der sollte es auf gar keinen Fall nutzen, weil das geht überhaupt nicht. WhatsApp-Telefonie-Funktionen, SIM-Karten, Internet am Lumia 950, die Grafikkarte am Lumia 950, also der Grafikchip am Lumia 950. Im Grunde alles, was funktionieren soll, funktioniert nicht. Keine der Kameras, es gibt keinen Sound, die Helligkeit lässt sich nicht einstellen. Ja, manchmal funktioniert beim Lumia 950 auch der Touchscreen nach dem Booten nicht. Also die Treiber sind natürlich auch nicht gerade stabil für diese Hardware, die unterstützt wird aktuell. Und wer wirklich nicht den Entwicklern beim Testen helfen will, der soll das eigentlich nicht machen. Ich habe eine Menge gelernt jetzt auf dem Lumia 950, wo ich das ausprobiert habe. Und zwar einfach, dass Windows 10 im Grunde als System für ein mobiles, kleines Gerät durchaus geeignet wäre von der Bedienung jetzt. Natürlich ist das weit von optimal, einerseits, weil die Hardware mega schwach ist, andererseits, weil die Hälfte der Hardware nicht unterstützt wird. Und dann noch, dass das hier auch nicht offiziell portiert worden ist, sondern von ein paar Entwicklern, die eine wirklich gute Arbeit gemacht haben. Aber es geht hier tatsächlich darum, offiziell ist da nichts davon. Und ich glaube, wenn Microsoft sich dahinter setzen würde und vielleicht mit einem Hersteller ein innovatives, kleines Konzept überlegt für ein ultramobiles Arbeitsgerät, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das mit Windows 10 ARM auch ziemlich praktisch sein könnte. Aber ja, das ist schon Spekulation in eine ganz andere Richtung. Ich möchte euch vielmals danken fürs Zusehen bei diesem Video und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.